Hallo, hier haben wir euch wieder mit recht herzlich willkommen auf unserem rostekanal auf so kleinen FNAF-L-Game, euch für unseren Five Nights with Piglets Remastered. Vor allem ganz herzlichen Dank an unseren Unterstützer, ohne dass hier gar nicht machbar und solle Sinn wäre. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe ja schon viele Piglet-Spiele gemacht, aber wir wollen hier gucken. Sieht auf einfach mal sehr interessant aus. Sehr interessant. Night One. Ich kann mal überraschen lassen. Interessante Tipps. Move left and right, I think the hell was for the here, please please flash them. If Sophie is in the wind, use the alarm system. If any point the space and or moves, they activate his system in the Backstage Cam. Backstage Cam. Und Sophie Alarm System. So, äh, x, x. Control, control, aha, 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 Backstage. Ah, hier ist Alarm System. Ah, hier ist Alarm System. Und Backstage Cam. Shoot Home Endo System. Ah, hier ist Alarm System. Shoot Home Endo System. Ah, hier ist Alarm System. Alright, alright. I love it. Kein, äh, äh. Nice. Ah, I love it. Cool. Alright, alright. Alles im Griff. Große hat alles im Griff, Leute. Aber gefällt mir bis jetzt. Gefällt mir bis jetzt, ja. Gefällt mir, ja. Cool Sache, ja. Hier soll Endo sein, ja. Endo. Hä? Hä? Äh, äh. Hier ist ja nichts. Alright. Alright. Da-da-da-da. Noch ein bisschen ruhiger jetzt am Anfang. Die stehen ja alle noch hier oben. Noch sind alle hier. Yes. Ah, ja. Schauen wir halt mal, wie weit wir kommen hier, ne. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Demo ist oder die Full Version. Kann ich leider jetzt nicht so genau sagen. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Äh, äh. Queen Queen. Hat so'n coolen, ich glaub, das ist auch wie so ein 3D-Effekt hier. Dieses Figürchen hier und das ist da unten. Sieht cool aus, ja. Kann man nicht mutzen. Oh. Da seht ihr einen, hier. Hier ist einer on the road. On the road again. Aber welcher ist hier ein Endo? Keine Ahnung, oder? Kein Plan. Nö, ich hab kein Plan. Kein Plan. Wie sehr oft, ne. Aber der steht ja noch hier. Der steht ja noch hier. Der steht ja noch hier. Nope. 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 Ah, wir haben ja schon 3 Uhr. Dann gucken wir halt mal, ne. Es könnte ja vielleicht noch so einer oder der andere noch kommen. Das wär ja noch nice, ne. Ein bisschen mehr Action hier. Ein bisschen mehr Action. Ein bisschen mehr Action. Ein bisschen mehr Action. Äh. Bewegt er sich? Ne. Ist da hinten ist doch der Endo. Er oder er? Äh. Keine Ahnung. Null Ahnung. Oh, er ist weg. Up and away. Er ist weg. Aber wo ist er hin? Er kommt rechts. Right side. Hallo? Er steht hier auf der rechten Seite. Er ist immer noch da. Hä? Vor ihm? Äh. Äh. Komm du als Kollege. Please. 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 Do something. Äh. Äh. Nicht nur blöd rumstehen. Bewegt dich du faule Socke. Wenigstens einmal flashen oder so. Äh. Please. Come on. Er mag nicht. Leute, er mag nicht. Er mag mich nicht. Er mag mich nicht. von Citizen Fan. Heuh. Hey, das wird schon mal ne wristband. Wenn du in beim 5 Uhr bist. Oder wie gehen wir in den Fall sehen werden? Honey, problems Borderlands. Das will dem Mas reverse. Da weiß ich mich nicht. Die zostis ziste. Oder? Es gibt schnellusteine. Ich nehme Me 4. Was ist los du Arsch? Backe Oh come on Please 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 tell me now Rossi ist der Sau Er mag einfach nicht Leute er mag einfach nicht Ah leck mich aber Arsch 6am Haben wir den Salat ne? Da haben wir den Salat Ja und jetzt? Und nun? What's going on? Hello? Game? What? Black screen oder was? Black screen I started again Hello? Black screen Ah I started again Cooles Logo Yes This game contains 29th 29th Continue to Es scheint die Full Version zu sein Es scheint die Full Version zu sein Maybe Schauen wir halt nochmal in Nacht 2 rein Und spielen noch ein bisschen an der Tröne rum Da bin ich jetzt ein bisschen hier Was aufnehmen kann ne? Vielleicht kommt er jetzt noch hier Das ist ja er mit dem Cup gewesen Vielleicht kommt er ja jetzt ein bisschen schneller ne? Maybe Wenn er halt nicht schneller kommt Dann kann er mich doch grad hier Hoppen Blaser Heiligsblechle oder? Da Da machst du was mit oder? Was tue ich mir da halt an? Jesus Christ Jesus Christ Hier Ende Oh ich glaube jetzt hat sich einer bewegt Nope Nope Hier bewegt sich auch keiner Es tut sich nicht viel Es tut sich wirklich nicht viel Es tut sich wirklich nicht viel So ist ganz nett zu spielen Zum Anschauen zum Spielen ist eigentlich cool Nur es dauert halt ewig lang bis überhaupt mal was passiert Und es ist halt Dann immer traurig an diesen Games Mal hat man Spiele die absolut unspielbar sind Weil sie so sack schwer sind Und dann hast du auch so Spiele wo eigentlich cool aussehen Aber die Action kommt halt einfach viel zu kurz Aber die Action kommt halt einfach viel zu kurz Ja Normalerweise müsste jetzt wohl minimal einer schon unterwegs sein Aber Wenn sie nicht bohlen, dann bohlen sie nicht Er ist schon unterwegs und da ist glaube ich auch noch einer unterwegs Ja Beide sind unterwegs, der grüne und der mit dem Cup Immerhin geht jetzt mal Action los Ich hoffe Ich hoffe so Ich hoffe so Die sind ja alle noch da Hier hat sich auch nichts verändert Jetzt dauert es noch drei Stunden bis sich die alten Bananenbieger hier unter bewegen Bewegt dich du Hornig Bewegt dich du Hornig Es tut sich absolut nicht Und mit dem Ende oder haut gar nichts hin Der möchte überhaupt hätte Pech gehabt ne Pech gehabt ne Der will gar nicht Das sack Bento Bento gar nichts Totohose Totohose Bito Ach leg mich an Ach leg mich an Da tut sich nix, Leute. Wir haben schon über 3 Uhr und es bewegt sich gar nix. Ich hasse es. I hate it. Ich hab auch keinen Lust die ganze Zeit auf der Nase rumzudrücken, weisch? Oh, oh, oh. Oh, jetzt. Ich glaub, jetzt geht der Punk ab. I think der Punk geht ab. Aha. Er steht schon mal rechts. Wo ist der andere hin? Wo ist der Grüne hin? So, hier ist die gute Frage, ne? Wo ist der Green one? Keine Ahnung. I don't know. I don't know. Wir haben schon nach 4 Uhr. Oh, holy moly. Nope. No. 4 Uhr. 4 Uhr. Wir sind in Nacht 2 und es tut sich nichts. Steht er da noch irgendwo? No. 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 Scheiße. Bitte bewegt dich. Bitte bewegt dich. Ja, das ist ja ermüdend, ermüdend, Leute. Bewegt dich. Ich bin sowas von out of order. Wenn wenigstens einer hier im Band wäre oder so, ne? Five, ähm. Five. Oha. Zumindest mal haben wir einen gesehen. Yeah. Yeah. Oh. Da war die Grüne. Da war die Grüne. Aaaaah. Ein bisschen Action haben wir jetzt gehabt, ne? Ein bisschen Action. Ich fliege gleich mal rum hier. Aber guck mal. Cheecher. Heileweil. Yes. Strike. Strike. Jetzt gehts wieder 3 Stunden. Naja. Das war auf jeden Fall hier mal Five Nights with Piglet Remastered. Coole Spielchen so an sich. Nur halt absolut kommt es nicht in die Gänge. Mal schauen, ob es jetzt noch eine dritte Nacht gibt. Da werde ich vielleicht noch ein paar dranhängen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ne. Man kann nur zwei Nächte spielen. Ah, da unten steht ja Demo. Wer lesen kann, ist eindeutig ein Vorteil. Eine Demo. Wir haben es also durchgespielt. Wie gesagt, könnte man noch ein bisschen verbessern. Dann wäre es noch ein bisschen besser. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch wieder einschaltet. Wird noch auf unserem Post-Kanal. Bewertet das Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Falls ihr kein Aber habt. Köpfchen drücken. Press that button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Passt auf euch auf. Übertreibt es. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Wir sagen ein schöner Video. Für die Glocke. Euer Rossi. Thank you and goodbye. Good night. Thank you very much. Bye bye. Ciao.